Ah, der kann auch durch. Okay. Halt, hier können wir auch was scannen. Äh? Ah. Okay. Jawohl. Nein, das wollte ich doch nicht. Ah, jetzt kommt auch Chewie drüber. Das ist absolut sicher. Und wenn nicht, kannst du dich nicht... Was machst du da? Ich habe meine Rationen verloren, also brate ich mir ein paar Eier. Zumindest hoffe ich, dass es Eier sind. Was kannst du nicht tun? Klar kann ich das. Siehst du, ich habe eine Bratpfanne. Was? Moin, moin. Moin, moin. Wahre Jedi. Damit hätten wir das wieder erledigt. So, blau Münze. Okay, da müssen wir ja irgendwas bauen können, theoretisch. Da ist ja wieder ein Fähnchen. Finn. So, hä? Ah, okay. Das ist was für Finn. So. Nope. Jawohl. Nope. Jawohl. Jawohl. Na komm schon. Wow. Okay. Ach, okay. Das Ding war schon Schrott. Also können wir damit zumindest das bauen. Links oder rechts? Fangen wir mal mit links an. Okay, das macht am besten mal Han Solo. Der ist sportlicher wie Chewie wahrscheinlich. Hoch, hoch. Jetzt. Wofür ist diese Abflussrenner eigentlich? Vergiss es. Hab's schon erraten. Ich hoffe nur, es ist kein Dianoga da unten. Dianoga, was? Statusbericht. Waffe aufgeladen in 15 Minuten, Sir. Was war dein Job, als du hier warst? Sanitärdienst. Sanitärdienst? Woher weißt du dann, wie man die Schilder abschaltet? Das weiß ich nicht. Ich bin nur hier, um Ray zu retten. Eine Menge Leute verlassen sich auf uns. Die ganze Gartaccess verlässt sich auf uns. Solo, wir kriegen das schon hin. Wir nutzen die Macht. So funktioniert das mit der Macht aber nicht. Bist du nicht ein bisschen klein für die Sturmtruppe? So, so eine ehemalige Auftraggeberin, wenn man so will. Ja, meine Freunde. Kann man jetzt eigentlich hier abbrechen? Und das nächste Mal weitermachen? Oder geht das so nicht? Ich muss mal kurz schauen. Fortsetzen. Kann ich den Level verlassen? Hm. Ich setze mal lieber erst mal fort. Kann ja nicht mehr so ewig dauern, das Level. Eigentlich muss ich jetzt langsam eine Aufnahmepause machen. So, wir gehen aber erst mal hier hoch. So, müssen erst mal da die Wachen eliminieren. So, das ist was für Finn da. Oh. Könntest du zum Beispiel machen? Und hier kannst du erst noch was. Ah, hier brauchen wir auch noch Helm. Wir haben sicher keinen dabei. Okay, bauen wir mal da was hin. Was können wir denn hier alles bauen? Links, rechts, überall? Ich glaube, damit können wir nichts anfangen. Hier kann aber Chewie was mit anfangen. Na, Chewie, Chewie, Chewie. Hier ist Chewie. Na toll. Kommen wir jetzt an den Aufzug. Sicherheitsgenau können. Okay. Hm. Okay, so funktioniert das nicht. Wir müssen wahrscheinlich erst rechts das Ding jetzt hinbauen. So. Ach so, der kann bloß hier wechseln. Okay. Dann können wir jetzt das Ding mit Chewie neu bauen. Okay. Und ziehen, 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 ziehen. Dann müssen wir wieder wechseln. Müssen wir rüberspringen. Wieder wechseln. Loslassen. Jawohl. Oh. Ah. Jetzt kommen wir da ganz easy, easy peasy ran. Also Durchgang offen. Halt, hier können wir auch was bauen. Okay. Und hier können wir jetzt schön aufschneiden. Ja. Shit. Abschaum vom Widerstand. Trägt mir nicht an meine Hose. Ah, die haben genug Helme hier. Wow. Was war denn das? Das war gerade ein cooler Move. Hui. Das war gerade ein echt cooler Move. So, das können wir hier bauen. Da können wir was hinbauen. Wie, was? Ah, ein Helm. Ah, sehr cool. Das ist erledigt. Die haben ja hier, die lassen sich sehr gut gehen auf der Starkkiller Base, sage ich euch. So, dann müssen wir jetzt hier scannen können. Huhu. Ich bin einer von euch. So einfach geht das. Mach auf, mach auf, mach auf. Mach auf, mach auf. Jawohl. So, wir sind da. Kann ja Fußball spielen damit. Wow. Okay. Was denn? Doch. So, Captain Phasma geht zurück. Was ist denn da noch los? Ei, 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 ei. Die geben sich ja wieder alle Mühe, uns zu vernichten. Ja, wir stellen einmal kopfhaft, der liegt nicht. Seine Deckung ist zu gut. So, den kann ich zerstören. Wie kommen wir denn da hin nur? Ah, können wir ziehen? Jetzt. Ah. Ah. Chewie. Da oben sprengst du da hin? Yeah. Das war nicht schlecht. Oh. Sorry, das war etwas falsch. Sorry. Julius, mach's denn du. Autsch. Egal. Schon zerstört. Wir könnten mal scannen hier. Ah, da ist wieder ein Schwachpunkt. Gut. So. So. Wir müssen da hinten erledigen. Schnellschuss. So, vielleicht muss das Chewie machen. Der kommt vielleicht besser da hin. So, der ist auch erledigt. Schade. Schade. Da müssen wir ja wechseln. Wir kommen da nicht hin. Hey, wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn da hin? Ich komme da nicht hin. Das wird ein bisschen schwer. Ach. Wie kommen wir nur da hin? Können wir das da zerstören? Nee, auch nicht. Der kommt immer wieder neue. Wo ist denn eigentlich Finn? Da ist er. Ach. Ach, ich darf's halt nicht. Ach, jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Han Solo. Nee, Han Solo. Nee, ich brauche Han. Ich brauche Han. So. Ah. Verstehe. 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 Man muss einfach draufziehen. Dann geht das. Ja, muss man erst mal wissen. Oh, cool. Pow. So, das ist erledigt. So, Chewie, dein Auftritt, bitte. Oh. Okay, es ging auch so auf. Das ist ein Gameboy? Nee. Nee. 2, 1, 2, 1, 8, 7. Ich hätte wissen sollen, dass es dir ein gemeiner Verräter wird. Du hast gar nicht gesagt, dass ihr so gute Freunde seid, Finn. und dann brauche ich an. Ich bin nicht ritzig. Ich bin nicht schwer. So. Dahin Schuhi schmeißen. Jawoll. Dahin Granate, Schuhi. Dahin. Ja. Oh Gott, was hat sie jetzt vor? Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Keine weniger. Jawoll. So, eine erledigt. Wow, in Deckung. Wow. Meine Fresse. Was? Halt, 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 halt. Jawoll. Schuhi, 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 schuui. Du machst das schon. Einfach ein bisschen Hebel umlegen, so einfach für den Mensch jetzt auch selber gekonnt. So, gibt's einen Müllschacht? Fragezeichen. Level abgeschlossen. 100% wieder wahrer Jedi. Sehr schön. So stelle ich mir das doch vor. Starkiller sabotieren. Neues Level entdeckt. Ärger über Taul. Okay. Ja, und wir setzen die Geschichte fort. Schauen uns mal kurz an, was uns erwartet. Und dann werde ich euch auch schon verlassen. Dann ist meine Aufnahmesession für heute erst einmal beendet. Die Schilde sind unten. Los, los! Ja, dann macht sich erst nächstes Poe auf zur Starkler-Basis. Und das machen wir dann gemeinsam. Beim nächsten Mal, ich wünsche euch einen schönen Abend. Habt mich gefreut, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und sage bis morgen. Euer Kelle. Haut rein. Tschö mit Ö. Ciao.